Sooo, ähm... Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Ja und ich bin mitten in der Runde gejoint. Ich werde mich jetzt hier so hin... ...machen. Ja, ich stelle mich so hin. Die haben ja mal wieder Probleme. Ja, ich bin... 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 ... Ach, die kann auch von hier kommen? Was soll denn dieser Mist? Ah ja! Würdest du dich da mal verpissen? Danke. Wieso blockst du mich denn? Wow, ich habe noch so viele Möglichkeiten. Gucke ich da einfach den Leuten ein bisschen zu. Sag mal, wie schießt du denn? Wie kann man einen 280er Ping haben? Du weißt ja, dass die dich von da drüben sehen. Gut. Hätte es ja geklärt. Jetzt nur so aus Spaß, wir sind die da reingekommen. Jetzt vielleicht auf der anderen Seite platzieren sollen, weil so können sie es ja wegschießen. Es sind noch drei Mann da mit den... Oh, da war doch einer, oder? Oh, da kommt eine Cam. Da hinten, genau. Du siehst den? Ey, den habe selbst ich gesehen. Hier, der, weißt du, zoomt da schon an und sieht den Idioten immer noch nicht. Spiele auf Zeit. Wieso ist die Codierung wieder falsch? Ey, das verstehe ich langsam nicht mehr bei diesem scheiß Schwulenprogramm. Ja, ich glaube, ich muss mal neu starten. Ähm, dann setze ich jetzt mal hier einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück. Zu eine Rundchen. Drei Rundchen, sagen wir es so. Ich habe nämlich gerade eben wieder eine Lobby gejoint, die mir komplett am Arsch vorbei geht. Ich spüre heute mal mit Rüstung. Ich nehme ein Schild mit. So. Kapkan haben wir, das haben wir. Kessel haben wir. Gut. Da geht das schon mal ein bisschen flotter. Gerade eben, das wollte ich euch ja auch nicht anbieten. Muss ich ehrlich zugeben. Der hätten wir eine Runde gespielt und dann, ja, wisst ihr wie es ist. Das ist ja auch schon mal ein bisschen flotter. Das war's. Das war's. Das war's. Dann war's. hat die geht nicht aber die alles klar nein Bitte hitte die scheiß Geisel an. Geisel an. Geisel an. Geisel an. Geisel an. Geisel an. Vielen Dank. Vielen Dank. Es macht Spaß. Du musst ja hier rein. Du musst ja hier rein. Das hat zwar 5 Punkte gekostet, aber ich bitte euch. Ich habe keine Book of Views. Der macht so viel Aua-Aua kaputt. Das war jetzt aber eine... Ich sage gar nichts dazu. Einfach gar nichts zu sagen. Ich fand es schön. Ich denke mal unten oder oben. Eins von denen wird es wieder mal sein. Lass mich doch mal durch. Ich bin noch eins zu tief. ich bin gleich. Hey. Hä? 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 Diese schwule Walküre, weißt du? Die hat mich aus dem Leben genommen. Komm, lassen wir ja mal zugucken. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. ... ... ... ... ... Zugucken ist auch eine schöne Geschichte, gell? Will ich auch. Hinter dem Bett, hinter dem Bett. Der wird irgendwo dahinter sein. Entweder da oder im anderen Raum. Anderer Raum werde ich mal behaupten. Vorsicht. Könnte hinter der Tür sein. Geh in den Raum rein und mach'n Pfund da weg. Na ja, das meine ich. Auf 4 neutralize. Mission successful. Geh in den Raum. Na komm. Das mich aber diese scheiße Walküre aus dem Leben genommen hat. Eins merken, ich lauf' da nie wieder hoch ohne vorher zu gucken. Aber müsste jetzt eh die letzte Runde sein. Laut Theorie. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Ne, ne, das lassen wir mal. Da. 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 Victor Ne, komm. Boah, habe ich einen unruhigen Finger. Es ist eigentlich nichts für mich, so dumm rumzusitzen. Ich renne eigentlich lieber rein, aber das habe ich mittlerweile auch gelernt. Das geht nicht überall. Ich muss mich nur am oberen Türrahmen orientieren. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 You're hurt, I'll help. One friendly operator remaining. Ah! Halt dein Maul! Ich bin nicht schnell genug nachgekommen mit der Maus. Ich möchte mich nicht wieder aus dem Leben nehmen lassen. Kann ich den nicht irgendwie melden wegen Beleidigungen oder so? Ich könnte ihn einfach mal zum Anfang anschießen! Das wärs! Das ist aber hier über uns. Das war's. 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 ich weiß es ich weiß es ich 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 ich